Schade. Ach man, genau da muss es natürlich auch legen. Ey, wie liegt das bei dir immer dann, wenn du stirbst? Komisch. Bei mir aber auch. Dann hat man so FPS-Einbrüche. Ja, ich geh auch nach unten zu Simson, ne? Juck. Ich glaub, die mögen uns nicht. Ich bin aber schon traurig, wenn der PC nicht mal Garry's Mod schärft. Da ist der 4 oben, ne? Oh, muss dein Traitor, Mensch. Oh, der Wende, Karol. Okay. Simson, bist du Karol? Was? Nee, bin ich nicht. Ich soll deinen Aamer wieder überarbeiten. Penguins, bis zum Beispiel Call of Duty. Ja.